Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir nehmen uns wieder zur Hilfe den Random Number Generator und gucken, welche Rotor wir jetzt fahren. Linie Nummer 21. Wunderbar. Dann machen wir das doch. Linie Nummer 21 ist die Gürtellinie. Das ist eine entspannte Linie, wunderbar. I like it. Dann können wir die jetzt auch wirklich mit dem MRN Line City CNG fahren. Ist ja einfach nur die Gürtellinie. Und es regnet, es ist ein Träumchen. Also ich hoffe ja echt unfassbar, ich hoffe ja sehr, 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 dass wir endlich ein verdammtes Ass bekommen. Also würde ich mir überlegen, ob ich einfach dann die auch gar nicht abweise, sondern einfach das weiterlaufen lasse. Wobei es eigentlich auch relevant ist. Aber wer weiß, vielleicht erhöht sich die Chance, wenn man die Leute halt nicht abweist. Wer weiß das schon. Ich bezweifle es zwar, aber manchmal war ja doch ein oder zwei Asse dabei. Von daher schauen wir einfach mal. Wir machen den Motor an. Wir schalten Young ein. Wir lösen die Bremse. Wir schalten den Tomat ein. Wir schließen die Türen. Wir machen das Licht an, von dem man kein bisschen merkt. Und fahren zur Siegelstraße. Und das wird den Scheibenwäscher anmachen. Und da, oh Gott, Lex. Und dann mal rüber. Das war glaube ich die Linie, wo ein Haltersteller da ein bisschen merkwürdig war. Eine lange Zeit. Warum kommst du jetzt eine JETZT an, jetzt nach dem du eigentlich sechs Stunden schneider Ziel sein könntest? Und gut, eine von drei Stunden. Nächster Halt, Siegelstraße. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Woche schon da jetzt drücken. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten. Drei Fahrkarten. Danke. Das ist glaube ich nicht die Rekordsumme, aber... Augenblick. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Das ist glaube ich insgesamt eine Rekordsumme, aber halt... An Tickets für eine Person, aber halt jetzt nicht... Aber hatten wir schon mal. Das würde ich eigentlich damit ausdrücken. Und jetzt weiter zur Radovanowitschbrücke. Nächster Halt, Radovanowitschbrücke. So schön, wenn das nicht gesagt wird. Ist das nicht wunderschön? Ja, wunderschön. Aber ich glaube, wir machen was anderes, was wunderschön ist. Ist die Abteilbeleuchtung aus? Nächster Halt, Radovanowitschbrücke. Müsst es aber an sein, oder? Ach, das ist schwierig, ich muss jetzt nicht mehr. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Dann habe ich es doch vergessen. Ich brauche eine Fahrkarte. Die beiden, die dort hinten brauchen nochmal, müssen nochmal gecheckt werden. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte. Oh, Standard. Mh... Haben wir denn jetzt so häufig hintereinander, dass Leute irgendwie ein Ticket wollen? Oh nein. Ich hab... Wo hab ich denn... Ah, hier bitte. Äh, die ein Ticket wollen und, 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 und dann kommt jemand danach, der genau dasselbe Ticket will und der genau denselben Preis zurückbekommt und zahlt. Nächster Halt, Flussbrottenhalle. Das ist schon komisch. Ich glaube, ich habe gerade ein Ufo gesehen. Da bin ich mal raus von der Flusspromenade. Alles gut. Die Tour ist ja auch schon fast zu Ende. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Es ist halt eine Kurse, vor Schrengenommen, ne? Es ist halt nur, so wie da war. Ich brauche eine Fahrkarte. Dort hinten. Ganz hinten. Ganz hinten. Ganz hinten. Ganz hinten. Einzelstandard. Hups. Drucken. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Danke. Okay, diesmal nicht. Aber es ist ein letzter Standort gekommen. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzelstandard, 780, noch Platz. Wo habe ich denn, äh, ach, hier? Nächster Halt, die Arbeiterkasse. Nein. Tut mir leid. Kein Problem. Kannst du jemand drüber? Nee. Man ist ja schon bei der Arbeiterkasse etwas spät dran. Wir müssen uns ja mal ein bisschen beeilen. Nächster Halt, Arbeiterkasse. Nächster Halt, Arbeiterkasse. Aber da steigt glaub ich auch niemand ein, niemand aus, dann kommen wir direkt weiter. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Oder weniger zumindest. Äh, ich glaub diese Ampel ist doch grün und hier drauf folgen, da ist ja wahrscheinlich rot. Oh, der Hauptbahnhof auf heiter Stelle. Na, oder, 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 komm was hin? Na, wir reizen jetzt einfach durch. Huh, das ist aber mehr als knallorange. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Da war schon Punkte. Na, nass. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Nur D, ja, okay. Einzelstandard drücken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Einzelfahrkarte. Danke. Kurse ging auch nicht. Ich brauche eine Fahrkarte. Einzel-K-Fahrkarte kommt wieder. Verdammt, das war ein... Das war ein Euro, zu viel. Augenblick da, hier bitte. Und dann gehen wir ab zum Amber-Tor. Vorletzte Halterstelle. Und die letzte Halterstelle müsste dann das, oh Gott, Rathos sein. Ich bin ja mal gespannt, wie Bus in Mitte 21 dann mit dem ganzen Wetter ist. Da gab es ja glaube ich jetzt noch keinen Trailer zu. Nächster Halt. Nächster Halt. Erdbahnhof. Guckt um sich auch, dass in dem Vorstellungsvideo von Angel Shores, ob da auch mal Regen war. Kann ich jetzt gerade gar nicht mehr sagen. Hab ich nicht mehr in Erinnerung. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Eine Fahrkarte. Ganz da hinten. Zweige glaube ich, ne? Die Dame. Ganz hinten die beiden Damen und der eine hier hinter der Dame. Schön. Dazu muss ausdrehen, wenn er sich da hinten hingestellt hätte. Da hingesetzt hätte. Ja, bitte. Dann fliegt die Ampel wieder rot. Nächster Halt. Rathaus. Endstation. Bitte alle aussteigen. So, sieht das ja aus. Endstation. Dann fahren wir zu dem Boot zurück. Ich hab's gehört. Alle aussteigen. Tschüss. 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 Okay, wir müssen keinen Müll sogar mitnehmen diesmal. Ich hoffe so sehr. Oh, das ist nicht dein Ernst. Ich hab dich nicht mehr berührt. Oh, please. Wenn er jetzt nicht fährt, dann überhole ich ihn rechts. Okay. Goodbye. Interessant. Gut zu wissen, dass sie auch despawnen. Wenn die zu lange auf einer Stelle stehen quasi. Das ist schon gut zu wissen. Wenn er sich selbst nicht befreien können, dass sie dann despawnen. Dann sind wir beim Depot. Und ich hoffe, dass wir ein Ast bekommen. Wenn wir keinen Ast bekommen, dann ist es halt so. Wenn wir keinen Ast bekommen, dann ist es halt so. Und einfach mal nicht ab. Tür auf, Mutter aus und einfach raus. Und gehen einen Pfeiler. Ja, ein bisschen Strafe zahlen mussten wir jetzt. Kurz vor Level 24. Wir kommen dem Level immer näher. Ja, bei 20.000. Hier wollte ich gucken. Ein Ass. Nice. Endlich. Wunderbar. Es ist der Wahnsinn, wie sehr man sich über einen Ass freuen kann. Über einen einfachen Angestellten. Weil es dauert. Es dauert halt. Es dauert Ewigkeiten. So. Da die Farbe und dort die. Anwenden. Schreckenplaner. Sightseeing. Land. Route. Nein, 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 nein. Daneben geklickt. Äh. Ich hätte gerne. Ehh. Danelein City. Und. Die. Sophie. Fortner. Dann sind wir jetzt hier auch bei. Ja, noch nicht bei 3 von 5. Aber wir sind. Ne, Moment. Wir sind bei. Ach ne, wir sind bei 2 von 5. Aber wir werden bei 3 von 5 sein, wenn das eine Ass halt durch ist. Ne, wenn der eine Profi bei. Aufgestiegen ist zum Ass. Was Ewigkeiten dauern wird. Ähm. Ich. Bin. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass wir eher ein weiteres Ass bekommen. Als dass wir den Profi zum Ass bekommen. Aber das ist ja auch halb zur Welt. Wir brauchen einfach nur einen Ass. Äh. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe es hat dir gefallen. Und ich hoffe sehe ich dann im nächsten Bus Simulator 18 Video wieder. Oh. Und so. Wie ist es? Und hier. So. Bis zum nächsten Mal.